Tagchen und Mädel, Leute. Willkommen zum nunmehr 8. Teil der Märkischen Märchenstunde. Die Stream-Zusammenfassung gibt es heute nicht, denn es gab gestern Abend ja auch keinen Stream. Das hat er ja aber auch schon am Nachmittag so gesagt gehabt. In dem aktuellen Blog-Eintrag geht es auch um aktuelle Dinge, also vieles, was seiner Meinung nach unter anderem von Gronk kritisiert wurde. Hier kann er jetzt auch weiterhin sagen, dass doch bitte alle mal in den Blog gucken sollen. Da steht doch alles drin und so weiter, wir kennen ja die Schallplatte. Es gibt aber unter diesem Beitrag auch zum ersten Mal mehrere Kommentare zu sehen. Der eine fasst das ganze Thema rund um vegane Ernährung auf und da können wir uns auch schon sehr auf eine Antwort mit der geballten Faust in der Tasche freuen. Vorher aber erstmal zum Blog-Eintrag. Klare Ansage an alle Interessierten Okay, meine Lieben, ich muss wohl anscheinend Klarheit schaffen, da es anscheinend immer noch nicht klar ist. Ja, die Kommune wird gegründet, zumindest wenn es nach mir geht. Jetzt sagt bestimmt immer noch der ein oder andere, aber du sagst doch dauernd, dass noch nichts sicher ist. Daher mal die Erklärung, die Kommune wird gegründet, das Drumherum ist unklar. Jetzt merken bestimmt einige von euch schon, in welche Richtung dieser Eintrag hier gehen soll. Reiniges Argument schlechthin in den letzten Tagen war ja, regt euch doch nicht so drüber auf, das ist doch eh alles noch nicht klar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er hier den Spagat finden will, zwischen Aussagen, zu denen er dann auch stehen muss, weil er ja sagt, dass das schon klar ist, und seinem Sicherheitsargument, das ist ja alles noch nicht klar. Meine Ansicht und Meinung Die Kommune sollte eher gestern als morgen gegründet werden. Allerdings kann ich eine Kommune wohl kaum alleine gründen. Auch soll die Kommune nicht sein, wo ich alleine das Sagen habe. Klar, könnte ich so etwas auch machen, aber ich will es nicht. Also, was ist nun Fakt? Fakt ist, ich will sie gründen. Fakt ist, dass ich alles dafür tun werde. Das Problem, ich kann das alleine schlecht. Wenn ich bereits ein Grundstück hätte, würde ich dort auch alleine loslegen. Das Problem ist, dass ich weder das Geld noch das Wissen oder die Fähigkeiten habe, um das alleine auf die Beine zu stellen. Was ich kann, ist, Menschen für die Kommune zu suchen. Ich kann auch Geld für die Kommune verdienen. Gartenarbeit und Tiere versorgen gehört ebenfalls zu meinen Fähigkeiten, auch wenn es nötig ist, Tiere zu schlachten, obwohl ich das am liebsten vermeiden würde. Bislang habe ich jedoch keine Erfahrung mit Tieren, die größer als Hühner oder Fische sind. Ich bin handwerklich relativ begabt und kann daher auch viele Arbeiten ausführen, die nötig sind, sei es Sanitäranlagen zu installieren, zu streichen, zu fliesen und so weiter. Außerdem kann ich kochen und für die Kommune hier und da etwas Leckeres zaubern. Ich habe auch schon Erfahrung darin, für etwa 40 Personen zu kochen und vieles in der Art. Was ich nicht kann, ist organisieren. Mit bürokratischen Dingen komme ich überhaupt nicht klar, egal wie lange ich es versuche. Ich lasse die Finger vom Strom. Auch bin ich mit einigen Arbeiten nicht vertraut, beispielsweise was Wasser- und Stromversorgung betrifft. Das gleiche gilt für organisatorisches Plan. Keine Ahnung, was dieser Absatz hier soll, das hat er alles schon mehrmals in mehreren Beiträgen geschrieben. Also anstatt sich jetzt hier einfach nur drauf zu fokussieren, Gleichgesinnte zu finden, Stichwort beschränkter Personenkreis, muss also gleich wieder eine überstürzte Entscheidung getroffen werden. Immerhin scheint er ja wenigstens verstanden zu haben, dass er sowas alleine schlecht durchziehen kann. Aber anstatt hier jetzt zum zehnten Mal aufzuschreiben, was er alles kann und was nicht, wäre es ja eigentlich besser, sich jetzt auf die Suche nach Gleichgesinnten zu machen. Ich meine, dieser Block hier dient zu 100% nur der Belustigung von außenstehenden Personen, die damit nichts zu tun haben und der wird ihm auch nicht dabei helfen, Leute zu finden. Aber ich finde es wirklich gut, dass er anscheinend im Leben keinen Stromvertrag mehr abschließen will. Was unsicher ist. Unsicher sind die Regelungen für die Kommune, da ich nur meine Überlegungen und Ideen zum Besten gegeben habe. Unsicher ist, welche Tiere und welche Lebensmittel man anbauen und versorgen will. Unsicher ist, welchen Ort man wählt, welche Leute man in der Kommune haben will und welche Ideen realistisch und unrealistisch sind. Vieles in diesem Block, wenn nicht sogar alles, sind lediglich meine Ideen, Wünsche und Hoffnungen für die Kommune. Aber ohne eine Gruppe, ein Team, Menschen, wie auch immer man es bezeichnen will, ist und bleibt das nur ein Traum. Kleiner Tipp am Rande, je eher du verstehst, dass das alles nur ein Traum bleiben wird, umso besser wirst du es im Nachhinein auch verkraften. Viele Leute haben übrigens auch die Frage bei mir in die Kommentare geschrieben, was denn wohl passiert, wenn die Gruppe sich im Verhältnis 24 zu 1 dafür entscheidet, dass man den Medienprofi nicht mehr dabei haben will. Denn seiner Idee nach hat ja auch die Gemeinschaft das Sagen. Aber da wird bestimmt noch irgendeine Sperrklausel oder sowas eingebaut, dass sowas nicht geht. Etzala tatsächlich sogar. Fazit, nichts von dem im Block ist sicher, außer einem, ich will die Kommune gründen. Alles andere kann ich nicht fest zusagen, weil ich das nicht alleine entscheiden will oder kann. Bitte hört auf, Dinge zu erzählen, wenn ihr nicht wisst, worum es geht. Ich kann das Thema Kommune auch ganz anders angehen, aber ich möchte nichts alleine entscheiden. Oder wäre es euch lieber, wenn ich als Einziger in der Kommune sage, was gemacht wird? Ich will kein Königreich, ich will eine Gemeinschaft. Ich bin nicht der Mann, als der ich gesehen, bezeichnet oder beschrieben werde. Macht mich bitte auch nicht dazu. Schreibt Kommentare zu Fragen, Ideen oder eurer Meinung, die ihr mitteilen wollt. Also mir ist es persönlich vollkommen egal, ob er sich da jetzt wie der Sonnenkönig aufführt oder nicht, weil diese ganze Idee an sich sowieso schon bald wieder am Papierkorb landen wird. Zudem hat er ja alles, was bereits in diesem Block steht, wirklich mehr als ausführlich bereits aufgeführt und diese Ideen kommen ja nicht von irgendwo her, sondern er hat sich ja laut seiner eigenen Aussage schon sein ganzes Leben damit auseinandergesetzt. Dementsprechend handelt es sich auch genau um seine Utopie. Und da das alles auch in einem öffentlichen Blog steht, kann auch jeder frei seine Meinung dazu sagen. Das hat übrigens auch Kipp Supernova so gemacht und folgende Frage gestellt. Hallo, ich kenne Kommunen, die Selbstversorger sind und auch spirituelle Arbeit machen. Allerdings sollte dir bewusst sein, dass Leute, die sich für so etwas interessieren, vor allem aus dem linksautonomen Spektrum kommen und auf veganes oder vegetarisches Essen, Yoga und Meditation stehen. Ich habe dich noch nie in diese Richtung irgendetwas verlauten hören oder schreiben sehen. Das ist eine Lebenseinstellung, die vielen Menschen sehr wichtig ist. Ich glaube nicht, dass du dir bewusst bist, was das bedeutet. Daraufhin hat Drache gestern Abend um 21 Uhr geantwortet. Ich glaube, dass du nicht weißt, wer ich bin. Du hast nie von mir gehört, dass ich über Veganismus spreche? Klar, ich bin kein Veganer und habe eine klare Meinung dazu, die ich auch schon oft klar geäußert habe. Nur so viel, Veganismus ist in der Kommune nicht verboten. Ich glaube nur, dass es nicht praktikabel ist. Wenn man das aber machen kann und gesund bleibt, spricht nichts dagegen. Aber eine Sache noch dazu. Respekt geht in beide Richtungen. Jemand, der Fleisch isst, darf das genauso wie jemand, der darauf verzichtet. Und zum Punkt Spiritualität. Menschen sind von Natur aus Allesfresser. Wir sind also auf Dinge angewiesen, die Fleisch enthält. Man kann sie auch aus anderen Dingen erhalten, aber deswegen muss man kein rein vegetarisches oder veganes Leben führen. Ich denke, der Weg zur spirituellen Erleuchtung kann nur dann gegangen werden, wenn man nichts verleugnet. Wenn man als Mensch bewusst auf Fleisch verzichtet, ist das eine Verleugnung der eigenen Natur und kann niemals zu spiritueller Erleuchtung führen, so mein Glaube. Wir sind nun einmal unvollkommene Wesen, das muss man auch akzeptieren. Und noch eine letzte Sache. Fleisch essen bedeutet nicht, dass man Liebewesen leiden lassen muss. In der Natur sterben auch Liebewesen, teilweise unglaublich bestialisch, wenn sie von anderen Raubtieren gejagt werden. Es ist natürlich, also müssen wir das nicht verleugnen. Jeder kann so leben, wie er oder sie will. Das ist Freiheit. Sechs Sätzen, Thema absolut verfehlt. Der Kommentar hat nämlich eigentlich schon viele richtige Dinge angesprochen. Kommunenmitglieder im klassischen Sinne leben ja auch ein ganz anderes Leben, als es der Medienprofi tut. Und wenn er hier seinen Mitgliedern erklären will, dass es doch gar nicht so schlimm ist, Fleisch zu essen und das alles zu seinem Glauben gehört, dann kann ich ja sagen, dann sind die ganz schnell auch wieder weg vom Fenster. Dieser Mann kennt das Wort Kompromissbereitschaft einfach überhaupt nicht. Das ist nicht in seinem Wortschatz vorhanden. Er ist der Meinung, dass Tiere gehalten werden müssen, weil er Fleisch isst, also wird das Ganze als das ist mein Glaube umtituliert und das muss dann auch so sein. Wirklich absolut utopisch. Und genau deswegen wird er auch niemals jemanden finden, der es auch nur mehr als ein paar Tage mit ihm zusammen in einer Gemeinschaft aushalten wird, in der es auf gegenseitigen Respekt ankommt. Gut, das soll es gewesen sein mit dem Blog-Eintrag, mit dem aktuellen. Wir sehen und hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder, wenn heute kein Stream mehr kommt. Bis dahin, Medehoff.